Boah, zieht der die Argo gerade? Ich könnte auch am Medi-Center, wo ist denn das? Ja gut, dürfte nicht so weit weg sein. Ach, das ist hier unten. Ja gut, das ist ja an dem, ach stimmt, das war bei dem Händler, genau. Alter. Okay, eigentlich dachte ich, den schaffe ich, aber nein. Den habe ich nicht geschafft. Da ist eine Kiste, 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 deswegen wollen wir sterben, ich wollte diese Kiste holen. Stop. Ja, 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 ja. So, das Zeug aus der Kiste holen. Oh. Oh. Interessant, jawohl. Nehmen wir. Sind die Rucksäcke neu? Ich kann mich an die Rucksäcke nicht erinnern, dass ich die jemand schon gesehen hätte. Hm. Was haben wir hier noch bekommen für den Scheiß? Ach, Scheiß haben wir bekommen. So, die müssten eigentlich alle noch tot sein, das heißt, wir können jetzt easy peasy da runter latschen. Ich will aber trotzdem an den Außen vorbeigehen, weil ich keinen Bock habe, gegen die jetzt zu kämpfen. Ich lasse den Typen. Ach, Scheiße, ich muss immer noch reparieren, ne? Oh, Shit. Hält alles nicht mehr sehr lange. Ich bin auch so dumm, ich war doch verkaufen, warum habe ich ihn denn nicht repariert? Warte, ich muss hier kurz aus dem Weg gehen. So. So. Fünf Schamanen. Alles klar. Halt die Backen. So, den haben wir auch down. Wunderbar, dann haben wir schon zwei Schamanen. Betritt die Quelle und das für die Schamanen, okay. Ich glaube, die laufen sowieso nur Schamanen rum, oder? Also, er ist auf jeden Fall ein Schamanen. Aber das macht die normale Gegner, macht das schon einen guten Schaden, finde ich. Also, da sind die zehn Prozent. Also, die zehn Prozent, die ich dann heile, sind auch wenig. Aber der Schaden ist halt gut. I like. Das Einzige, was mir so ein ganz kleines bisschen fehlt, und ich weiß nicht, ob ich das noch bekomme, ähm, der Jedi-Ritter hat eine Fähigkeit, da kann er halt an die Gegner ranspringen. Finde ich eigentlich ziemlich geil. Ich weiß aber halt nicht, ob ich sowas kriege. Wo komme ich denn da jetzt hin? Geh hoch. Ach, halt die Band. Ah, lass mich auch noch runter, ey. So. Ja, den Rest macht Kaisen. Da wollte ich gar nichts mehr machen, ey. So, ich glaube, hier durch, ne? Ja. Alright. Weil so ein, ja, so eine Aktion, wo du halt zum Gegner hinspringst, ist schon ziemlich geil. Ach, hier ist noch ein Schamane. Kann ich an ihm vorbeilaufen? Ja, das klappt ja wunderbar. Das finde ich super. Nicht weiter, Suchende. Ihr seid ohne Läuterung hier. Das ist eine Beleidigung für Rajivaris Andenken. Mmh-hmm. Rajivaris Schüler hatten Fehler, aber sie gingen durch das Feuer und wurden wiedergeboren. Skocciarat, Maast, Osla. Spittled, Tran. Und Backpoload. Ihr Skar, Bocke. Nur ein persönliches Opfer zeigt eure Stärke und Entschlossenheit. Wird die Flamme euch läutern? Keine Ahnung. Aber natürlich, ich mach das. Ich frag mich nur, was der Typ hier macht. Ich meine, das ist ja offensichtlich wohl kein Jedi. Ich werde im Feuer stehen und euch meine Stärke zeigen. Starke Worte. Aber Selbstopferung ist der Weg der Narren. Ich glaub, der hat ein Problem mit seinem Nacken. Die Quelle von Rajivari ist nicht gütig zu Eindringlingen. Flieht oder leidet. David Copperfield. Okay, alles wieder gut. So, was muss ich hier machen? Untersuche die Quelle von Rajivari. Ich untersuch. Ach so. Ihr, dann habt ihr, ihr habt es also geschafft. Ich hatte gehofft, Narlen hätte euren Kopf schon als Trophäe. Ich kam hierher, um mich zu beweisen. Narlen gegenüber. Aber die fallen. Egal. Ihr seid der Feind. Solange ich noch eine Klinge halten kann, werde ich sie euch ins Herz stechen. Pff. Ja gut. Kannst du ja anscheinend nicht mehr. Man darf das Leid keiner lebenden Kreatur ignorieren. Gnade führt nur in einen Strudel der Vernichtung. Ja, ich weiß. Ihr gehört nicht hierher. Fahrt zur dunklen Seite und so. Eure Ignoranz sollte euch verschlingen. Aber alles zu seiner Zeit. Das sind alles jetzt nur Tests, aber weißt du was? Die sind mir alle scheißegal. Hemmendes Schmerz. Der verwundete Twi'lek hat sein Leiden an dich weitergegeben. Du kannst dich zwar bewegen, aber nur unter Schmerzen. Kein Problem. Ich werde diese Schmerzen ertragen. Immerhin sind wir auch blind. Moment, wo komme ich hin? Ich muss da lang. Ist mir alles egal. Wir werden alles erdulden. Denn wir sind Super-Yedi. Schu, mal gucken, was hier jetzt ist. Ihr berührt den Stein und riecht im selben Moment Gas. Der Gasgeruch wird stärker. Das Atmen fällt schwerer. Meditieren und ausharren. Ich werde keine Angst haben. Ich kann das überleben. Wir schaffen das. Atemkontrolle einsetzen und dann läuft's. Ihr ertragt den Geruch des Cyangases noch einige Minuten lang. Eure Edi-Ausbildung hat euch am Leben gehalten, doch ihr fühlt euch todkrank. Ist kein Problem. So, was haben wir jetzt? Cyangasvergiftung. Du wurdest durch die Cyangasfalle vergiftet. Maximale Gesundheit um 25 Prozent reduziert. Das ist ja super. Finde ich toll. Kotzen müssen wir auch gleich. Aber alles kein Problem. Wir schaffen das. Da ist er. Natürlich, eine Verfolgung. Wer nach verbotenem Wissen sucht, wird immer von irgendjemandem verfolgt. Falls ihr wegen Nalin Ralloch hier seid, er war hier und ist verraten. So vieles ist vergänglich. Aber ich bleibe. Ich bleibe der Mann, der ich war. Der Ratschi war. Womit genau habe ich es zu tun? Genau, ich habe es zu tun. 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 Euer Haustier ist intelligenter, als es aussieht. Als mein Körper versagte, weigerte ich mich eins mit der Macht zu werden. Wie hätte ich können? Die Jedi waren immer noch nicht perfekt. Hier in meinem Labor habe ich bestimmte Geräte hergestellt. Ich könnte einem Schüler innerhalb eines Tages das Wissen von Jahrzehnten geben. Einem Schüler, der würdig wäre, meine Vision weiterzutragen. Aha. Eure Schüler haben euch vertraut und ihr habt sie benutzt. Sie hatten Besseres verdient. Diese Schüler waren wie meine eigenen Kinder. Begabt. Loyal. Ich hoffte, Nalin Ralloch würde ihnen nachfolgen. Aber Enttäuschung. Nalin ging durch die Fallen, anstatt sie zu lösen. Er hat schwer gelitten. Aber ihr habt mit intaktem Verstand überlebt. Nalin hingegen nicht. Naja, aber wir sind doch eigentlich nur einfach durchgegangen, ne? Ach, naja. Ich weiß, dass das Wissen, das er erlangte, seinen Verstand verändert hat. Es war ein Fehler. Nalins Verstand war dem Wissen, das er verlangte, nicht gewachsen. Ich habe keinen Nachfolger, sondern ein Monstrum erschaffen. Nalin wird die Jedi nicht erneuern. Er will sie und alles andere auf dieser Welt vernichten. Angefangen mit der Schmiede, wo die Lichtschwerter gemacht werden. Ohne die Schmiede verlieren die Jedi ihre Kampfkraft. Ihr müsst Nalin aufhalten, ehe er sie zerstört. Ich dachte, ihr wolltet die Jedi vernichten. Ihr habt den Rat angegriffen. Ich wollte ihn reinigen, einen Neuanfang versuchen. Nalin will nur Asche. Diese Waffe wird gegen Nalin nichts ausrichten. Aber ihr tragt das Heft der ersten Klinge. Ein alter Freund. Durch eine einfache Prozedur könnte man es zu einem Lichtschwertgriff machen. Wenn man sein Alter bedenkt, braucht man vielleicht noch einen Kristall aus den Höhlen der Schmiede. Gut, endlich ein Lichtschwert ist eigentlich blöd, weil wir haben ja schon eins, aber okay. Endlich werde ich die Waffe eines Jedi tragen. Durchquert die Höhlen und sucht die Schmiede auf dem Berggipfel. Stoppt Nali in dieser Abscheulichkeit, die mein Wissen geschaffen hat. Können wir noch mal? Gebt mir stattdessen euer Wissen. Achso, das können wir auch machen. Ah, okay. Ich verstehe, was auf dem Spiel steht und was ihr getan habt. Ich werde ihn finden. Geht, haltet Nalin auf, bevor ihr den Jedi-Orden vernichtet. Eines Tages werde ich ihn gerettet sehen. So. Ah, wir bekommen auch wieder eine neue Robe. Sehr schön. Wir können uns jetzt was für Kaisen aussuchen. Warte mal. Steuerung. Links klick. Ist mir so Wumpe eigentlich. Na ja, kaum nehmen wir das. Und sonst. Kann ich eh nicht benutzen. Geht nur als Abonnent, glaube ich. Äh, ist aber auch egal. Wir machen jetzt erstmal das Ding ran und dann sieht das so aus. Passt, na wobei doch, das passt einigermaßen. Komm, ja, kann man. Naja, geht so. So, geht so, geht so, geht so, geht so. So, jetzt gucken wir erstmal. Wo muss ich hin? Ich muss jetzt einmal wieder hier im Kreis laufen. Ist ja Wunderbärchen. Oh, Wunderbärchen. Lala, Lala. Wunderbärchen. Tralala, Lala. Äh. Okay. Sammle ein Lichtschwertkristall. Im Grunde ist das ein bisschen dumm, weil wir haben ja schon ein Lichtschwert. Und ich bin mir gar nicht mal so sicher. Ich glaube, wir kriegen jetzt dafür ein stinknormales, einfaches Lichtschwert. Sobald wir aber dann ein bisschen weiter sind und auf der Flotte ankommen, kriegen wir, glaube ich, wieder eins für unsere Klasse. Neues, was dann auch stärker ist. Das finde ich halt ein bisschen, naja, blöd gemacht irgendwie. Also, wenn es so ist, wie ich mir das, wie ich das jetzt noch in Erinnerung habe, das weiß ich halt nicht so genau. Aber ich glaube, wir kriegen jetzt ein stinknormales Lichtschwert halt. Ich glaube, das ist noch nicht wirklich angepasst auf unsere Klasse. Werden wir gleich sehen. Ist natürlich ein bisschen blöd, dass sind die alle respawned. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber dann hauen wir den halt nochmal auf die Fresse, ist ja kein Problem. Das kriegen wir schon hin. Ach, komm, scheiß drauf. So. Ich habe gerade überlegt, ob ich das nochmal mache, aber... War ja nicht nötig. Ich würde mal gerne wissen, welche... Das möchte ich nochmal gucken. Welche Klassen die Begleiter von dem Jedi-Ritter oder dem Sith... Irgendwie... Ne, wie heißt denn die Klasse? Marodeur? Ja, Marodeur ist das, glaube ich, ne? Husch, husch. Schnell vorbei. Ich habe mich keine Lust gegen die Kämpfe. Was? Ach, verdammt. Also ein bisschen dumm, weil die Übersetzung kommt dann da oben. Ich verstehe ja nicht, wenn du mit mir redest. Weichhalte können uns nicht aufhalten. Mhm. Hier die Ritterphase. Das ist voll geil. Man kann da durchgehen. Ich gehe hier durch. Letztlich kommt man genau zum gleichen Ort. Aber gut. So hieß das halt. Ach, guck mal, hier haben wir wieder ein paar von... Toll. Ich wollte eigentlich das hier machen. Durfte ich aber... Aus irgendeinem Grund durfte ich es nicht. So, tschüss. So, hier Steinchen aufs Köpfchen. Und Judas. Zwölf. Orans soll ich töten? Alles klar. I do it. I do it. So. Sehr gut. Achso. Der ist schon dort. Vier. Das ist auch mal so... sehr voraussehbar. Weil das immer am Wechsel kommt. Ein so ein Roboter, dann wieder zwei von den Viechern und so weiter und so fort. Nicht sehr abwechslungsreich, muss ich sagen. So, dann haben wir das Ding kaputt. Dann haben wir das Ding kaputt. Oder auch nicht. Oder doch. So, Hälfte haben wir geschafft. Ich glaube, den Stein gibt es da oben. Irgendwo, ja. Wir bleiben aber natürlich erst mal noch hier unten. Wir wollen ja erst mal die Horans finden. Da sind noch welche. Drei Stück sogar. Nice. Äh. Angriff. Danke. Oh. Servul. Eine Frigheit. Okay, drei Stück fehlen mir noch. Da hinten wird es ja wohl weitergehen mit denen. Springen wir an diesem fliegenden Stein vorbei und nehmen uns ein Kristall. Ein schön, hoffe ich doch. Einfach rausgebrochen mit den Fingerspitzen. Hallo? Fledermaus-Typ. Dingsbums. Hier. Ah. What the fuck? Was macht der denn da? Der ist ja verrückt. Der Typ. Ich glaube, ich spinne. Aua. Warte, ich muss mich ganz kurz aufladen. Ja, ich weiß, macht der gleich Puff wieder. Aber ich mach einfach Puff. Ach, komm, weißt du was? Geh weg. Oh, ich brenne. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh, 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 oh.